Heyo Leute, Anachon hier. Es ist mir schon seit längerem ein Bedürfnis dieses Video zu machen, von daher werden wir das jetzt einfach mal ganz spontan jetzt machen. Was bedeutet der Titel? Warnung und Dankeschön, ich möchte euch abraten dieses Let's Play zu gucken. Und im selben Atemzug mich dabei den Leuten bedanken, die mir geholfen haben, Final Fantasy zusammen zu let's playen. Klingt jetzt konterproduktiv zueinander, dass ich sage, guckt das nicht, obwohl ich mit anderen Leuten daran gearbeitet habe und dass ich auch Anti-Werbung für mich selbst für ein Let's Play mache. Aber wenn ihr jetzt genau die Erklärung wissen wollt, dann hört mir bitte kurz zu, ansonsten, ja, klickt wieder weg, tschüss. Ich habe Final Fantasy 2 nach folgendem Konzept let's playt, und zwar, dass ich nach einer Stunde Aufnahmezeit einen neuen Co-Kommentator hinzugezogen habe, einen anderen Let's Player, mit dem ich das dann halt für diese eine Stunde als Together in Anführungszeichen gemacht habe. Ich dachte mir, warum nur mit einem einzigen Let's Player dieses Spiel teilen, warum kann man es nicht mit mehreren machen? Leider hat sich das als Schnapsidee herausgestellt, denn im Endeffekt ist Final Fantasy 2 einfach zu unbekannt, als dass man über dieses Spiel viel reden könnte mit anderen Leuten, und es gibt auch sehr, sehr wenig her. Ganz ehrlich, nach meiner Meinung nach ist Final Fantasy 2 bisher das schlechteste Final Fantasy der Hauptreihe, was ich gespielt habe. Und, ja, was will man daraus machen, wenn man eine Stunde lang diese kurze Zeit mit einer Person über dieses Spiel versucht zu reden, wenn er oder sie es nicht kennt und im Endeffekt kaum etwas dabei herauskommen kann, weil das Spiel allein schon sehr wenig bietet. Und deswegen genügt dieses Let's Play, was ich hier gemacht habe, im Endeffekt auch nicht in meinem Qualitätsstandard, den ich mir versuche selbst aufzulegen, und kann euch deswegen nicht empfehlen, dieses Let's Play zu gucken. Natürlich ist es kontraproduktiv, aber es ist mein Bedürfnis, euch davon abzuraten, wenn es da draußen andere, bessere Let's Plays gibt. Schließlich soll das Let's Play gucken ja Spaß machen, und wenn ihr eure Zeit da jetzt mit verschwenden würdet, dann ist das auch nicht mein Gewinn bei der ganzen Sache. Ich werde die Playlist allerdings natürlich oben halten, auch wenn ich sie runternehmen könnte, neu aufnehmen könnte das Spiel, das ist nicht mein Wille, denn ich werde die gesamte Hauptreihe Let's Playen. Und dieses Let's Play von Final Fantasy 2 gehört einfach jetzt dazu, deswegen werde ich es nicht löschen und nicht neu machen, es gehört einfach jetzt als Lektion für mich, als Teil der Reihe, es gehört einfach zu diesem Projekt mit dazu, von daher bleibt es auch. Und ja, in diesem Atemzug möchte ich mich bei, hab's mir aufgeschrieben, bei den Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben. Es tut mir wirklich, wirklich leid, dass es im Endeffekt sich als Schnapsidee herausgestellt hat, dass jetzt etwas dabei herausgekommen ist, womit ich nicht zufrieden bin, und ich denke ihr auch nicht, oder ich vermute mal ihr auch nicht, weil wir haben ja alle gewisse Standards, die wir an uns selber stellen. Von daher tut es mir sehr leid, aber ich möchte mich natürlich nochmal herzlich dafür bedanken, dass ihr mir geholfen habt. Das sind folgende Personen, die in den Videos dabei waren, Sikorona, Retrofutuma, Nachtigalle, Nagoya, Ironhead, Moonvile, Suspensia, Linus und Sir Evenrow. Dankeschön, dass ihr mitgeholfen habt bei diesem Let's Play. Und ja, ich hoffe ihr findet ein besseres Let's Play da draußen, ich kann's nur für mich und für euch hoffen. Und an diejenigen, die jetzt gehofft hatten, etwas Neues zu erfahren, weil ja ein paar Wochen lang schon nichts Neues gekommen ist von Final Fantasy, ich werde jetzt noch ein paar Bonus-Videos machen, um Final Fantasy 2 zu beenden, um dieses Dawn of Souls, was nach der Hauptkampagne kam, noch zu zeigen. Und dann werde ich mit Final Fantasy 3 anfangen. Das hat sich leider ein wenig herausgezögert, weil ich es jetzt leider nicht so spielen kann, wie ich es gehofft hatte, aber es wird kommen. Keine Sorge. Das war's soweit, glaube ich, hoffe ich, mehr fällt mir gerade nicht ein. Wir sehen uns demnächst wieder. Tschöschö. Tschöschö. Vielen Dank.